Wunderschönen guten Morgen Team, frühaktiv! Langsam aufwachen Leute, lasst die Sonne auf euch herabregnen, nach langer Wartezeit, die Autos kommen jetzt wirklich. Offiziell angekündigt von Epic, diesmal keine Verschiebung oder irgendwelche Leaks. Der Stream startet jetzt runter in die Videobeschreibung oder Kommentare für den Link auf Twitch.tv slash HeyStan. Wir schauen uns natürlich das neue Update an und je weiter neue Autos cruisen wir rum und vielleicht gibt es auch noch neue Live-Event-Informationen, neue Skins sowieso, neue Emotes. Neue Infos und, und, und. Bin auf jeden Fall gespannt auf das Update. Reinkommen wir in den Stream und bis gleich.